Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Brotato. Ich begrüße euch an einem wunderschönen Sonntagmorgen um 6 Uhr morgens, weil ich die ganze Nacht durch aufgenommen habe, um zu versuchen einen tollen Run zu machen. Hatte ich auch einmal. Wir haben mit dem Fernkämpfer Gefahr 4 geschafft. War ein saugeiler Run, saugeiler Upgrades. OBS hat es hier einfach nur gedacht. Nee Diggi, ist heute nicht. Ich nehme das nicht auf. So, ich würde sagen, ich habe jetzt wirklich die ganze Nacht alles probiert. Ich würde sagen, wir benutzen mal den Glückspilz. Ich spiele auf Gefahr 3. Damit ich hier auch endlich mal einen geilen Run für euch habe. Hier wird jetzt Glück richtig hoch gefeuert. Und ich hoffe, man kriegt die ein oder andere Minigun zustande, mit der man hier richtig geile Sachen machen kann. Komm, hau den Baum. Yo, geil. Explosionsschaden könnte man sich schon mal... Hinhauen. Ernte auch. Richtig Geld hochstacken. Wer weiß, ob ich Explosionsschaden noch brauche. Glück muss auf jeden Fall richtig los. Jawohl, da ist die erste Truhe. Wenn wir mehr Bäume kriegen, wäre auch dick. Jawohl, die zweite Truhe. Ey, so ein richtig geile Upgrades, Mann. Komm, yo, drei Stück. Also das muss jetzt ballern. Das ist schon mal shit. Tempo ist wichtig. Max Leben für... Ja... Kann man schon mal nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Glück. So, was hat der denn als Minus? Nochmal EP-Gewinn und Angriffstempo. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erst mal auf Schleudern hoch. Mehr Bäume, ganz wichtig. Noch mehr Bäume. Und Holzfelderhemd. Das könnte geil werden. Schleudern sind am Anfang, Early Game, super easy. Deswegen denke ich mal, wir machen das erst mal. Gönnen die Bäume. Keine Truhe. Was ist das? Hallo? Mein Baum kaputt. Meine Bäume sind kaputt. Wir gehen auf Fernkampfschaden. Ich will ja sowieso... Schön saftig auf Miniguns gehen. Perfekt. Ein bisschen Money ist auf jeden Fall auch da. So, und dann spawnen jetzt mal richtig Bäume hier. In der Hoffnung, dass man einen Haufen Truhen kriegt, denen man auf jeden Fall was Geiles anfangen kann. Da ist die erste. Auch wenn es nur ein bisschen Money ist, was man da rauskriegt. Die zweite. Sehr geil. Oh, den Baum kriege ich nicht, oder? Doch. Er hat aber leider keine Truhe gehabt. Oh, gefährliche Hase. Supergeil. 30% EP gewinnt. Ja, und Welle 4. Digga, da ist... Das knallt rein. Das knallt sehr rein. Wir gehen mal ein bisschen auf Leben. Machen auch Money hier und Glück. Wir sind stark genug. Aber 30% EP gewinnt ist schon krank. Schon die Hälfte von dem ausgeglichen, was ich Minus habe. Wenn ich das nochmal kriegen würde, aber so vor allem for free. Okay, eine Truhe. Eine Truhe ist schon geil, Alter. Vielleicht kriegen wir zwei. Oh, ich muss gucken, dass ich nicht sterbe. Alter, wie viele Bäume hier sind. Zwei Truhen. Okay. Weg. Ich muss unbedingt was am Damage-Ausput ändern. Schaffen wir drei? Nee. Leider nicht. Egal. Schubkarre. 16 Ernte. Na, ich will nicht zu greedy sein. Plastik-Sprengstoff nehme ich mal für alle Fälle mit. Fernkampfschaden. Angriffstempo. Haben wir sowieso zu wenig. Nochmal gefährlicher Hase. Auch geil. Zweimal kostenlose Würfeln. Oder stackt das nicht. Eigentlich stackt das, soweit ich weiß. Noch eine Schleuder. Und dann hoffe ich mal, wir kriegen mal langsam eine Minigun hier rein. Da ist noch eine Schleuder. Geil. So, so viele Truhen wie möglich. Jede Runde, wo wir zwei Truhen hinkriegen, ist geil. Das eine. Perfekt. Eine Truhe ist schon gesaved. Los, gönnen die Truhen. Meister. Schade. Alter, warum hat man ja eigentlich so viel Leben? Ich habe doch unheimlich viel Leben gerade. Warum habe ich so viel Leben? Leider nur eine Tour. Kann man nehmen. Glück. Immer. Wenn geht. Lebensabzug. Auch wichtig. Ja, acht Glück kann man immer abziehen. Machen wir jetzt sogar zehn. Aber dafür, warte mal, was bringt das? Genau, Erfahrungsgewinn. So, wie sieht es aus? Naja, er hat keinen Lebensmodifikator. Warum habe ich so viel Leben? Lul. Irgendwie ein bisschen viel vor. Gehen voll auf die Schleudern. Oh yes, baby. Darf nicht zu viel... ...langeres Tempo runter machen. Sonst kriege ich ja gar keinen Hit mehr raus. Aber passt schon. So, Early Game Carrying die Schleudern schon sick. Aber nächste Runde kommen die Dicksäcke. Ab da wird es ein bisschen gefährlich. Ey, wo sind meine Bäume, Junge? Da kommt der Erste. Okay, eine Truhe. Eine Truhe. Wo ist die Zweite? Ich will die Zweite sehen. Okay, dann. Jawohl. Zweite Truhe. Schaffen wir eine Dritte. Dritte wäre schon übermenschlich geil. Leider nicht so weit. Ah, da wäre sie gewesen. Bei dem Dude. Sechs Rüstung, wenn ich mich nicht bewege. Ist nicht drin, Alter. Oh, wir müssen unbedingt was mit anderes Tempo machen. 15 Glück. Die muss ich nehmen, Alter. So viel Glück. Boah, so viel Glück, Alter. What the fuck? Naja, okay. Ich kann, glaube ich, auch genug gratis würfeln. Schleuder auf jeden Fall. Schleuder auf jeden Fall. Ähm... Angriffstempo Gritschung. Ja, für ein bisschen Lebensregeneration. Das kommt auf jeden Fall dazu. Noch mehr Glück. Yo. Scheiß auf Lebensregeneration. Wir gehen nicht auf Lebensraub. So, jetzt kommen die Dicksäcke. Komm schon, gib Truhen. Da ist der erste Baum. Eine. Perfekt. Okay, die Dicksäcke sind gerade kein Problem. Damage Output stimmt auf jeden Fall. Zwei Truhen, jawohl. Komm, diesmal schaffen wir drei. Das ist eine Drei-Truhen-Runde. Hier, die zwei Bäume, da gönnt einer. Frech. Frech, halt wirklich. Unerhört. Da kommt ein Baum. Drei, jawohl. Schaffen wir vier. Das wäre insane. Vier Truhen in einer Runde. Komm. Das gibt es nur bei Oehler TV. Nur für euch. Das gibt es doch gar nicht. Doch, bei Roller. Wo sind meine Bäume? Ich brauche Ruhen. Komm. Da. Nein. Ja, da. Noch zwei Bäume. Gönn. Wo sind die Truhen? Hey, ist es nur drei? Warum nur drei? Mach ich mich nicht. Ach so, weil ich die eine schon hatte. Okay, das nimmt man auf jeden Fall eine Legierung. Schön Damage rein. Angrittempo, wenn ich mich nicht bewege, leck mich am Sack. Ne, waren jetzt doch nur drei. Hä, ich dachte, es ist ein vier. Hier, ich habe mich voll verguckt, Mann. Es ist schon spät, Leute. Ja, vier Rüstung. Ich weiß jetzt, eine Rüstung brauche ich gerade nicht. Ich habe so viel Leben. Glück, Digger. Glück ist es. Angrittempo kann man mal nehmen. Minus 69 Angrittempo, das ist schon krass. Glück. So, Angrittempo, Grittchance, Reichweite. Ganz geil. Noch eine Schleuder. Sehr geil. Noch mehr Glück. Lass ich auf jeden Fall mal stehen. Schaumschlüssel. Sperr. Ja, langsam kommen nur noch die geilen Sachen. Jawohl. Okay, das geht jetzt richtig steil, Mann. Ich hoffe, ich finde halt die ein oder andere Minigun langsamer. So, ich will Truhen sehen und Bäume. Das ist frech. Keine Truhe für Oelipus. Gönnen? Er gönnt nicht. Gönnt einfach nicht. Was ist das? Da ist einer. Okay. Eine ist immer gut. Er ist schon mal die halbe Miete. Also zwei müssen es eigentlich immer sein. Bei dem Glück, was ich habe hier. Da müssen schon zwei drin sein. Oh, die Bäume. Jawohl. Schaffen wir drei. Drei ist insane. Immer lecker. Ah, die Bäume, die sind irgendwie auch ein bisschen frech manchmal. Jawohl, wir schaffen drei. Ne, das fühle ich nicht. Exklusiv fühle ich auch nicht. Das fühle ich auch nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Hier kann man noch mehr rausholen, oder? Ey, ich habe so viel Glück. 12% Schaden. Fernkampfschaden, ja. Also das nimmt man auf jeden Fall. Und 4% Lebensabzug. Zög. Und das Bandana. Und Glück. Wir brauchen Glück, Digga. Das ist shit. Handschellen. Oh, jo. Eine Schleuder. Komm, jetzt gönn auch mal hier eine Dingens. Die könnte man auch mitnehmen. Komm, gönn eine Minigun. Oh, ja. Die nehme ich auf jeden Fall noch mal mit. Ich hoffe, mein Damage-Output reicht noch, Alter. Also langsam sollte das... Okay, eine Truhe. Langsam wird es, glaube ich, ein bisschen kritisch hier. Ist das eine Truhenrunde? So eine schöne Dreierrunde. Das finde ich jetzt ganz schön. Wo sind meine Bäume? Hallo. Da ist einer. Oh, das ist eine ganz beschissene Truhenrunde. Naja, immerhin zwei. Immerhin zwei. Sneak ich mir noch die dritte irgendwo her? Das sieht nicht so aus. Ne. Doch. Irgendwo kam sie her. Elementarschaden minus... Ne, das ist richtig kacke. Technik minus Schaden ist auch scheiße. Glück. Und Ernte. Nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Nahkampfschaden 8, Alter. Hilf. Wie ist es mit so viel Nahkampfschaden wie? Ich brauche Glück, Junge. Explosives Geschütz. Yo. Als ob man hier einfach so ein Explosivgeschütz eingestellt kriegt. Das bringt mir aber leider nichts. So. Langsam bräuch ich mal... Minigun, Junge. Mehr Bäume, jawohl. In der Baumgott. So, let's go. Jetzt will ich aber richtig die Bäume und Truhen sehen. Okay. Jetzt kommen die harten Gegner. Jetzt brauche ich langsam bessere Waffen. Okay, eine Truhe. Junge, hier fliegt ja alles jetzt rum. Über Laser strahlen und irgendwas. Muss ja gar nichts mehr machen. Wo sind die Bäume, Alter? Ich habe dreimal mehr Bäume. Ich habe noch nie so viele Bäume. Holzfäller-Bild hier. Holzmeister. Ziehe ich echt nur eine Truhe hier? Ne, zwei. Drei. Schaffen wir vier Truhen. Das erste Mal. In der Geschichte des Schnittbrotes. Vier Truhen. Ey, komm schon. Hier, ich gehe so viele Bäume. Ich habe so viel Glück. Gönn mir die vierte Truhe. Nein! Oh doch. Wir haben vier geschafft. Keine Ahnung, wo die vierte lag. Schmutz. Schmutz. Tempo? Ja, kommt for free. Kann man da drauf gehen. Und Schmutz. Fernkampfschaden. Jawohl. Filzhut, Digga. Noch mehr Glück. Noch mehr Gegner. Noch eine Schleuder. Noch ein Filzhut, Digga. Ja, Mann. Ich brauche mehr Hüte. Ach, du Scheiße, Digga. Ich habe 300 Glück. Was bin ich denn, Digga? Jau, Alter. Game of Schleuder. Ich will doch nur eine Minigun, Mann. Aber irgendwie funktioniert es auch. Ich greife zwar unglaublich langsam an, aber es fliegen so viele Projektile rum. Direkt zwei Truhen. Geil. Ich glaube, ich habe gleich zu viel Glück. Ist das überhaupt legal, so viel Glück zu haben? Alter, über 300 Glück. Das hatte ich am Leben noch nicht. Überall Bäume, überall Truhen. Das reinste Looting-Paradies hier. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich darf natürlich nicht in die Dicksäcke reinlaufen. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Noch eine Truhe, geil. Überall fressen, Junge. So weit das Auge reicht, fressen. Oh, noch eine Truhe. Schaffen wir fünf Truhen? Komm. Fünf Truhen in einem Run. Das wäre witzig. Nee. Vier ist das Maximum. Kerze, Scheiße. Laser geschützt, Scheiße. Wahnsinn. Scheiße. Metalldetektor, Scheiße. Danke für die Truhen, Leute. Noch mehr Glück, Digga. Wie viel Glück kann man haben? Auf die Schleudern gehe ich schon gar nicht mehr. Wir nehmen die und die. Kriegerhelm. Tatsächlich nicht. Ich brauche das Tempo. Jawohl. Noch eine Schleuder, Digga. Ah, jetzt gibt doch mal eine Minigun, Junge. Schere, Frosch. Rückstoß. Geil. Angriffstempo. Kann man auch mal mitnehmen. Oh, das soll ich vielleicht mal nehmen. Wir sind ja auch erst in Runde 13. Wir haben da noch ein bisschen was. Vielleicht kriegt man auch hier die Full-Minigun-Bild. Das wäre ja schon witzig. Okay, jetzt kommt man langsam ins Late-Game. Jetzt kann man auch mal hier den ein oder andere... Das ein oder andere Auge mal aufmachen, damit man hier nicht nur in Scheiße reinrennt. Digga, die spawnen da und werden direkt von 20 Steinen umgekreist, Alter. Steine, Junge. Brauchen wir mehr Steine. Okay, eine Truhe. Eine Truhe ist schon safe. Aber bis jetzt magere Ausbeute hier. Das ist okay. Zwei Truhen. Zwei Truhen Minimum. Sonst call ich Bullshit hier. Jawoll. Steine fliegen. Drei Truhen. Okay. Gute Runde. Ist okay. Kann man nicht meckern. Vier Truhen. Gute Runde. Max AP. Jawoll. Nehmen wir. Nur mal kostenlos würfeln. Nagarm-Schaden. Reichweite. Angriffstempo. Ja, das muss auf jeden Fall hoch. Max AP. Ja, ein bisschen was aushalten. Ist auch nicht schlecht. So. Roboter. Rüstung, Technik. Äh, nee. Bandenner. Jo. Aber ich mach ganz schön wenig Schaden, ne? Noch eine Schleuder 4. Ja, mein Gott, Digi. Gönn dir. 269 recht komplett. Ich hab nicht mal gerechnet. Das war jetzt so lucky. Jetzt wär die Schleuder weg gewesen. Nein, ich hab das natürlich alles gesehen, Leute. Alter. Was ist denn da los? Wie fliegt er mir alles um die Ohren? So, komm, jetzt will ich Truhen sehen. Eins. Alter, 15 Schaden. Zwei Truhen. Okay, nice. Wo ist die dritte Truhe? Los, Leute. Enttäuscht mich nicht. Ey, what the fuck passiert hier? Das ist Pinball. Ey, es ist halt wirklich der Pinball-Bild. Und ich wollte eigentlich nur Minigans. Der Pinball-Lucky-Casino-Bild, Digi. Keine Ahnung. Was ist das hier? Slot-Machine. Kommt schon, mehr Truhen. Was ist los, Leute? Magere Ausbeute, also wirklich. Oh, da kam noch die dritte. Hat mich gerettet. Müll. Müll. Nochmal kostenlos würfeln. Okay, ich bezahle nie wieder fürs Würfeln. Nie wieder. Noch eine Schleuder. Kann man mitnehmen. Schwere Geschosse. Fernkampfschaden. Reichweite, Angriffstempo. Warum geht denn da mal Angriffstempo runter? Aber Fluss für den Fernkampfschaden ist halt auch schon wieder brutal, Digi. Junge. Jo, wie hat die Steine da reinknallt und einfach nur alles Pinball spielt. What the fuck, Mann? Das ist ja geisteskrank dumm hier. Okay, eine Truhe, Leute. Wir brauchen mehr Truhe. Ja, also ich raff hier gar nichts, was hier abgeht. Zwei Truhen. Jawohl. Wo ist die dritte? Alter, wie viel Glück habe ich? Jetzt gib mal Truhen hier. Das ist ja unerhört. Da sind drei Truhen. Jawohl. Vier. Schaffen wir mal fünf. In einer Runde. Das wäre Rekord. Fünf Truhen in einer Runde. Ja. Schaffen wir sechs. Geht das überhaupt? Wann ist denn hier mal Schluss? So viele Items. Komm, sechs Truhen in einer Runde. Legende. Jawohl. Schaffen wir sieben. Hilfe. Ja. Schaffen wir acht. Wo sind die Bäume? Okay. Sieben Truhen. Zwölf Prozent Schaden für Reichweite. Jo. Anderes Tempo, Gridschance, Reichweite. LP Regeneration. Juckt ihr eh nicht. Samme Reichweite. Können wir auch mal machen. Explosives Geschütz. Das Geld hätte ich gern. Jo. Das brauche ich auch nicht. Folter. Ja, warum soll ich mich denn noch ver... Ach nee. Ich habe ja Lebensabzug. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das hatte ich schon mal. Das ist richtig bait. Fernkampfschaden. Elementarschaden. Tempo. Tempo würde ich gern behalten. 16 Prozent Schaden. Jo. Nee, ich nehme Glück, Junge. Ich habe noch nicht genug Glück. 358 Glück, Junge. Was los? Mehr Bäume. Digga, ich habe 358 Glück und dann kriege ich so einen Roll. Nochmal kostenlos würfeln. Ja. Brauche ich auf jeden Fall. Mehr Bäume. Das ist der dümmste Run, den ich je hatte. Mehr Bäume. Ich brauche mehr Bäume, Digga. Max, LP, Rüstung. Ja, mehr Glück, Digga. Auf jeden Fall. 390 Glück. Komm, let's go. Ich will jetzt aber richtig Bäume sehen, ne? Wo sind die Bäume? Ich habe so viele Bäume. Alter, jetzt mal ernsthaft, wo sind die Bäume? 10 Sekunden ingame, hier kein einziger Baum. Sag mal, willst du mich verarschen? Wofür habe ich eine Bäume gekauft, Mann? Da. Eine Truhe, zwei Truhen. Jawohl. Jawohl. Digga, ich will Bäume. Das ist ja so mega dumm, ey. Was passiert hier? Ja. Alter, ich pflanze einfach einen Wald, Mann. Greenpeace. Das ist... Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll. Auf jeden Fall... Das kann man schon ein Greenpeace-Bild sein oder der Greta Thunberg-Bild. Einfach Bäume pflanzen for Future. In Brotato. Alles gemacht für die Umwelt. Und trotzdem kommen hier keine Bäume. Na, fünf Truhen ist okay. Jawohl. Nochmal durchschlagen. Nee, Glück brauche ich. Tempo ausweichen. Ach, warum denn immer Max-LP und Rüstung runter? Seid ihr verrückt? Genau, hier mal was dickes. Angrisstempo. Jawohl. Das brauchen wir mal wieder. Da wird alles eingesammelt. Das brauche ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich bin sowieso so schön fix unterwegs. Ich hätte jetzt gerne mal eine schöne Minigun. Er gönnt es halt einfach nicht. Er gönnt es halt wirklich nicht. Ich kriege tausend Explosionsgeschütze gefühlt, ne? Ah, Lebensabzug brauche ich, alter. Kann ich nicht machen, Digga. Kann ich nicht machen. Äh, hier die Erntekammer runter langsam. Jawohl, Junge. Wie die gebummst werden da. Im Flipper-Automat. So, jetzt Bäume hier. Wir müssen die Bäume machen. Holz machen, Digga. Holz. Ich brauche mehr Holz. Honga, du rein. Ich brauche mehr Holz. Asslacksterben, Junge, Digga. Ey, Mann. Pflanze mehr Bäume, du Sauf. Ja, Kisten, Alter. Und Bäume. Das ist uns, ich träume heute noch von Kisten. Oh Gott. Ah, mehr Bäume. Jawohl. Kisten. Der Rekord sind sieben Kisten. Wir haben fünf. Schaffen wir. Oh ja, da sind sechs Kisten. Noch mehr Bäume. Komm. Digga, wo sind die Kisten? Wo sind die Bäume? Ich habe so viele Bäume. Oh, wie viele sind das? Zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wieder sieben. Yo, nehmen wir mit Explosionsschaden. Lutsch mir ein. Nein, ich brauche das Glück. Ja. Ja, kann man machen. Nee. Ja. Nee. Mehr Glück, Digga. 408 Glück. Und trotzdem kriege ich keine Minigun. Kartoffeln. Yo. Gönn dir Kartoffeln. Alter, ich kriege jetzt so dicke Upgrades als rein. Mehr Bäume. Hallo, wie viele Bäume habe ich jetzt? Ich habe siebenmal eine Spawn mehr Bäume. Wo sind meine Bäume? Alter, achtmal, Digga. Das ist echt der Greenpeace-Pilz. Ach, das ist so mega dumm, Alter. Was passiert hier? Einfach nur Bäume pflanzen. Digga, jetzt kriege ich einen Raketenwerfer. Mann, gönn mir doch einfach mal so einen verkackten... Scheiße. Wie heißt das Ding? Eine Minigun, Mann. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Junge, was hier alles rumfliegt. So, ich will jetzt Bäume sehen, Junge. Oh mein Gott. Warum kriege ich ihn so aus dem Maul auf einmal? Okay, eine Kiste. Da unten habe ich schon noch eine Kiste gesehen. Wir brauchen mehr. Ich brauche mehr. Wo sind die Bäume, Junge? Ich habe achtmal, weil es spawnen mehr Bäume. Junge, hier muss alles voll sein. Wo ist mein Wald? Den mir versprochen wurde. Boah, Junge, ich muss mich voll drauf konzentrieren. Immerhin liegt hier überall Fressen rum. Alter, lass doch Truhen fallen. Anstatt Essen. Da sind Bäume. Alter, hier stehen überall Truhen. Keine Ahnung, wie viele das sind. Aber es ist dann auch nicht so viel, oder? Nee, diesmal waren es so fünf. Explosives Geschütz. Lagerfeuer. Boah, das nehmen wir auf jeden Fall. Tempo und Reichweite. Glück nehmen wir immer. Scheiß auf Elementage an. 12 Max LP. Ja, gönn mal. Junge. Gönn mir doch jetzt hier mal was Vernünftiges, ja? Eine verkackte Minigun. Die Propellermütze. Da ist sie. Ganz am Ende vom Run. Kein Run wird hochgeladen ohne Propellermütze, Digga. Nee, nicht mit Öl-Propeller. Dieser Kanal bleibt der Propellermütze treu. Kam noch am Ende. Enttäuscht mich nie. Noch mehr Glück. Keine Ahnung warum, aber ich brauch das. Ich brauch noch mehr Bäume auf jeden Fall. Dünger für meine Bäume. Wo sind meine Bäume? Hallo. Jo, wir bleiben bei 95 Leben. Mach nochmal 8 Fernkampfschaden obendrauf. Ja, okay. Also Damage-mäßig müsste ich jetzt hier eigentlich gut abreißen. Da sehe ich schon die erste Kiste. Aber wo sind noch mehr Kisten? Da. Junge, mein Wald wird angepflanzt. Drei Kisten. Komm, wir müssen 8 Kisten schaffen in einer Runde. Oh, Dicksecke. Dicksecke spawnen. Astlack sterben. Jung, Alter. Noch mehr Truhen. Wo sind meine Bäume, Digga? Ich hab 8 mal Bäume jetzt. Wo sind meine Bäume? I call Bullshit. Ich wurde gescamt. Noch mehr Truhen. Yeah, oh geil. Hier fliegt alles einfach nur kreuz und quer und ich freu mich über Truhen. Also ich weiß nicht, das ist sehr satisfying. Und überall wachsen Bäume. Einfach Umweltbewusstsein 10 von 10 bei Brochdato. Also, keine Ahnung, sprieß immer mal so für 0,5 Sekunden gefühlt einen Baum aus der Erde. Aber das waren keine 8 Truhen. Niemals. Nee, das war richtig peinlich. Vier Stück, was ist das denn? Unglaublich schlecht. Ähm, shit. Shit. Ich nehme hier gar nichts mehr, was nicht rot ist, gefühlt. Außer Glück. Digga, 483 Glück. Komm, jetzt gönn mal was. Okay, 500 Glück geschafft. Das ist wichtig. Mehr Bäume. Es muss sein. Okay, jetzt reicht's mit dem Glück. Ich muss gucken, ob ich noch mehr Bäume kriege. Nicht eine Minigun, Junge. Nicht eine, aber ein Stock 4. Digga, danke für den Stock. Jawohl, natürlich alle schleudern am Ende noch schön auf Rot. Damit man auch nicht sagen konnte, dass ich hier irgendwie reingetrollt hab. Oh, jetzt kommt Diplom. Und noch ein Bandana, Junge. Davon habe ich auch schon drei Hilfe. Die haben sogar drei Durchschlag, man. Alter, kein einziges verkacktes Minigun-Gerät. Aber Bäume, Junge. Jo, Digga, ich brauch Truhen. Alter, macht der Schaden. Wie, ich verkackte aus gegen den. Das wäre so ärgerlich. Oh. Ey, ich mach jetzt nicht so wirklich Schaden, ne? Sind wir mal ehrlich. Und ich krieg gut auf die Fresse. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wenn der Greenpeace-Bild jetzt am... Scheiß auf die Umwelt, Digga. Was für ein Kack-Bild. Der Greenpeace-Bild war für ein Arsch. Auch im herd zucchini. Bis bald. Bis bald. Gottsstift, Jasen. Und ich saß, trotzdem. Và das mit unglaublich. innovat很ителя. Bis zum nächsten Mal.